Ich dachte, du könntest mir beim Lösen eines Falles helfen. Eine Idee, wie ich ihn kontaktieren kann? Bist du Polizist? Willst du mich verhaften? Wäre mir deutlich lieber als die Alternative. Jede Zivilisation wurde auf dem Rücken entbehrlicher Arbeitskräfte erbaut. Replikanten sind die Zukunft, aber ich kann nur eine beschränkte Anzahl machen. Ich habe das Schloss und er hat den Schlüssel. Ich denke, ich habe ihn gefunden. Das ist nicht möglich. Wenn das rauskommt, haben wir uns einen Krieg eingehandelt. Ich hatte immer deinen Job. Ich war gut darin. Früher waren die Dinge einfacher. Was willst du? Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was ist passiert? Ich habe Spuren verwischt. Dateien verschlüsselt. Wir wurden gejagt. Von wem? Sie wissen, dass du hier bist. Sie haben noch keine Ahnung, was wahre Schmerzen sind. Sie werden es lernen. Bring ihn zu mir. Das zerstört die Welt. Ich muss jetzt gehen. Ich komme mit dir. Wo steckt er? Die Zukunft der Arten kommt endlich zum Vorschein. Die Welt. Die Welt. Der Bundeskanzler.